So, füffst du weit? So, die Kamera läuft von mir? Nö, klingt nix. Jetzt. Jetzt blinkt. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit Vernicht versuchen zu doppeln. Jetzt fliegt die ganze Zeit Schmotte an der Arsch. Naja, jetzt kommt es davon. Puh, alter Falter. Das ist der müde Ende Moment. Wir gehen die Arschklammer. Okay, okay. Machbar. Ein Doppel, nicht meiner. Ach, das ist der Müde. Ach, das ist der Müde. Ach, das ist der Müde. Okay. Ja, okay, nice. Das ist die Stelle, wo ich mich gelegt habe, da unten. Kann ich verstehen? Kann ich verstehen? Ja, okay. Das ist der Müde. Ja, okay. Ich gehe dir da. Okay. Okay. Ich gehe dir was. Okay. Okay, okay. irgendwas spritzen wir die ganze zeit an den arsch aber der ist der ist zucker oder? ja ja fahr 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 super rutsche ich will noch was ja wird ohne besser ups ja geiler scheiß jawoll alter ich wollte nicht reinlegen hat wohl nicht so ganz funktioniert veränderte streckenführung übrigens ne das ist neu das stück das ist neu das ist neu weil da vorne im bamm zwischen drin liegt wenn ich irgendwo liege max müde ist ok ich fahr drüber was ich brauche ganz leicht ich fahr ok zu langsam woho das ist das ist das ist das ist das ist stranger 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 double oder kicker rollback ja das war eindeutig ein doppel ohja ich hab's gemerkt wenn ich gerade schlüft ich bin in der rad alter also so in der art fühlst sich burping an wahrscheinlich ah by the way mein neues fahrrad fährt sich geil oh Oh, okay Gib Gas Woop